Samstag, 28. Juli 2018 22.43 Uhr Druckennutzungsrechte-Fickback Die polnische Regierung will wegen des zunehmenden Fachkräftemangels Arbeiter von den Philippinen anwerben. Die Verhandlungen mit der philippinischen Regierung seien auf einem guten Weg und könnten im Herbst zur Unterzeichnung eines Anwerbeabkommens führen, sagte der stellvertretende Arbeitsminister Stanislaw Zwed am Samstag der Nachrichtenagentur PAP. Er verwies auf die kulturelle Nähe beider Länder, insbesondere durch die katholische Konfession. Die nationalkonservative Regierung in Warschau verfolgt eigentlich eine migrationsfeindliche Politik und lehnt etwa die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU nach Quoten strikt ab. Sie begründet dies mit Sicherheitsbedenken und religiösen Zweifeln wegen des muslimischen Glaubens vieler Flüchtlinge. Wegen der niedrigen Geburtenrate, der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und der Abwanderung polnischer Arbeitskräfte in reichere EU-Länder rechnen Experten allerdings mit einem dramatischen Arbeitskräftemangel. Im Jahr 2030 könnte der fünfte Arbeitsplatz in Polen unbesetzt sein, falls das Land dafür keine Migranten anwirbt. Vizeminister Zwed sagte, Polen wolle sich auf den Philippinen vor allem um qualifizierte Fachkräfte bemühen, etwa im IT-Bereich, im Baugewerbe und im Gesundheitssektor. Vizeminister Zwedel Vizeminister Zwedel